Hallo Leute, Safed ist mein Name. Ich bin Vater von einem Kind und zwar auch seit kurzem erst, seit 1. April 2021. Vaterschaft bedeutet für mich nicht nur Samenspender sein und sich nach der Geburt zurücklehnen und die Mama machen lassen. Vaterschaft bedeutet für mich auch füttern, auch Windeln wechseln, das Essen zubereiten und bespaßen, wenn es weint, mit dem Kind spielen und wenn es 3, 4 Uhr, 5 Uhr morgens ist und man am liebsten schlafen möchte, nein, wenn das Kind weint, stehst du auf und wiegst das Kind in den Schlaf. Und es kann stressig sein, klar, man ist auch mal gereizt, aber ich bin gerne Vater, weil dieses eine Lächeln oder mehrere Lächeln am Tag eigentlich, dass man zurückbekommt, da vergisst man alles wieder. Da merkt man, es hat sich gelohnt, diesen Stress zu durchleben. Das ist ein schöner Stress. Das ist ein schöner Service. Das ist ein schöner payoff. Vielen Dank.